Nachdem sich der neue Krieger mit seiner Stadt zusammengetan hatte und sie bemerkt hatten, dass Spieler aus der feindlichen Stadt endlich hinter ihre Linien gelangt waren, beschlossen sie, diese sofort zu verjagen und wenn es nötig sei, diese zu vernichten. Wie das Ganze hier ausgeht? Nun ja, seht selbst. Halli, hallo meine Freunde und herzlich willkommen bei City War Nations. Wir müssen schnell auf den Server drauf, denn der Mystery ist gerade alleine. Oh, und sein Kumpel ist jetzt schon wieder bei ihm? Nein, ist er nicht, weil er gestorben ist. Okay, ich bin drauf, da hinten ist Woghorn. So, ich gehe jetzt unten die normale Tür raus. Willkürbis left, ja, Willkürbis ist draußen von den Zombies gestorben. Wo ist Mystery? Der ist wahrscheinlich abgehauen, was war der? Oh, Willkürbis joint. Wer ist hier drauf? Ja, nächste Folge wahrscheinlich. Nächste Folge, aber er hat noch nichts geschrieben. Das ist gut. Oh, oh, nicht gut. Lauft gesneakt, lauft gesneakt. Wieso gesneakt? Weil man dann die Namensschilder nicht sieht. Okay. Äh, ja, ich habe halt meine ganzen verzauberten Sachen dabei, ne? Ah, verdammt, jetzt bin ich auch in dieses Kuhgehege rein. Warte. Oh, oh, die Kuh. Äh, äh, so, du kommst hier nicht durch. Du kommst hier nicht vorbei. You may not pass now. Schnell weg. Schnell weg. Okay. 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 Ich weiß nicht, ob es so schlau war, dass ich und Woban die Lage von Mystery aufgedeckt haben oder ob Mystery von vornherein wusste, wo wir uns befinden. Weil er ja Mitersteller der Map ist. Ne, er hat auch die zweite Folge gesehen. Oder er hat irgendeine Folge gesehen, wo wir uns angefangen haben, hier aufzubauen. Ich denke mal, es war Folge 2 und ich glaube auch in Folge 3 hat er, glaube ich, auch gesehen. Naja, jetzt muss er erstmal hier... Er guckt sich, glaube ich, er guckt sich, glaube ich, jede Folge an. Zumindest bei mir, er kommentiert ja auch ab und zu. Ja. Also es wird jetzt auf jeden Fall sehr spannend. Ich bin gespannt, wie die Folge hier echt endet, also... Wollen wir ihn sonst mal angreifen? Vielleicht rechnen die damit nicht. Was für interessant wäre, ja genau, dass die echt jetzt mit Verteidigung rechnen und nicht mit Gegenschlag. Wir sind alle verzaubert? Na, Silox nicht ganz. Nee, ich bin nicht verzaubert. Gar nicht. Warte, brauchst du halt was zu essen? Ich hab genug Zucker gefunden. Ja, ich hab im Moment noch voll. Ist kein Problem. Wie viele Level, wie viele Level sind Silox? Zwei. Ich hab 23 Level. Soll ich dir deine Rüstung verzaubern? Ja, mach das. Mach mal, mach mal. Ich schmeiß es jetzt einfach hier mal kurz hin. Ich wette mit euch, die haben sich hier irgendwo verkrochen. Ja, und pass auf. Und wenn jetzt, wo man weggeht, jetzt greifen sie an. Pass auf, bei meinem Glück kenne ich das. Also ich denke mir, dass jetzt so Mystery läuft gerade wieder zurück, um Willkürbis abzurüllen. Anschließend kommen sie wieder. Das, ja, gut. Ich versuche nochmal, mein Eisenschwert zu verzaubern, weil Eisenschwert mit Schärfe ist besser als Dierschwert mit Bahn. Oh, warte. Ja, ich hab, ich hab, ich hab ein Dierschwert mit Bahn. Ich bin nicht verarscht. Warte, ich kann dir ja auch nochmal kurz meinen Dierschwert geben. Oder kann ich das selber verzaubern? Oh, ja gut, auf Stufe 1. Ja gut, du kannst auch schon schärfen. Ja gut, ich verzauber es dann einfach. Kurz noch. Okay, ich hab gerade mal übelst die Idee. Oh, danke. Ich hab gerade mal übelst die Idee. Schutz. Schutz. Schuss sicher. Und, was geht mir denn noch? Und zwar werden wir jetzt ein zweites Dierschwert machen und einfach nur hoffen. Sehr cool. Ich hab jetzt dreimal hintereinander Bahn bekommen und mich gerettet. So, eins oder eins? Hm, Mitte oder oben? Mitte oder oben? Ich brauche jetzt erstmal drei Eisenglöcke. Schärfe eins, geil. Ja, ich hab's gewusst. So, ich brauche jetzt drei Eisenglöcke. Ich mach dann jetzt mal einen Amboss fertig. Gut. Und zwar habe ich jetzt vor, vielleicht mein Dierschwert auf Schärfe 2 zu bringen. Oh. Wenn du genug Level hast, warum nicht? Ich hab auch noch ein Level. Warte mal. Ich hab, nein, ich hab nur vier Level. Schuss. Hat noch irgendwer Strings oder so? Dann kann ich mir nämlich noch einen Bogen cracken. Obwohl, ich versuche auch nochmal mit einem Eisenschwert. Ich muss noch irgendein Schwert mal mit Schärfe bekommen. Hat irgendwer Bogen oder Fäden? Ich hab einen Bogen. Okay, okay, okay. Obwohl, ich geb dir lieber Fäden. Unbreaking, fuck. Ja, dann nimm mir Fädenpaar und das Rad. 16 Level wär das, wow. Darum bewegt sich was? Bist du das Bogen? Ich bin das. Ja, gut. Das Unbreaking-Dierschwert. Super. Weil Sticks hab ich noch. Mir fehlen eben nur ein paar Strings. Kannst du dir einen Stick mal geben? Jo. Warte. So, das Unbreaking-Dierschwert geht doch mal rein. Ich hab noch ein Eisenschwert. Hast du ihn? Ah, das hat gerade ein bisschen gedreht. Jetzt hab ich die Strings. Ich hab die Strings, jetzt, ey. Die hab ich gekriegt. Aber ich muss jetzt doch mal Schärfe bekommen. Ja, ich versuche jetzt auch nochmal gleich den Bogen zu entscharten. So, jetzt muss ich nur kurz überlegen, wie ging das nochmal. Hast du ein Mystery auf, ne? Der hat in Schärfe 2 Dierschwert. Echt jetzt? Ja. Ich hab jetzt Schärfe 1. So. So, jetzt versuchen wir nochmal den Bogen hier. Auch mit Glück zu verzaubern. Wo könnte ich jetzt schnell leveln? Das ist das Problem gerade. Ich will leveln. Ich will vielleicht... Bogen mit Stärke 1, nice. Ich hab auch einen Bogen. Stärke 1, Stärke ist gut beim Bogen. Hast du denn hier auch noch Pfeile, Romy? Ja, in meiner Kiste. Kannst du in den Park gehen? Ganz raus gehen, außer jetzt. Okay. Ich nehme aber nicht viel, weil ich nicht so der begabte Bogen schütze. Oh, klappt. Heiß, danke. Jo, super. Ich glaub, ich mach jetzt einfach mal unseren Penis hier weg. Unseren erdigen Penis. Also, das heißt, Mystery ist stark im Nahkampf schon mal. Also müssen wir ihn auf Entfernung besser mit Bögen halten. Das heißt, dann müssten wir versuchen ihn auf Entfernung zu halten, ja. Wenn sie gleich wieder da unten sind, alle nach oben auf die Brücke und mit dem Bogen schießen. Wenn sie kommen, springen wir auf der anderen Seite wieder runter. Jo. Ich achte jetzt hier mal ein bisschen. Woborn geht in Richtung Wald. Ja. Ja gut. Pass auch. Okay, das ist, glaub ich, nicht so schlau. Wir wollen den denn jetzt ankommen? Wäre eigentlich mal... wäre witzig. Wäre witzig. Wir müssen einfach von hier auf die Stadt kommen. Also von der entgegengegesetzten Seite. Weißt dann, kann ich jetzt aber erstmal alles... Ich kann jetzt erstmal alles, was ich nicht rauche. Also nur wirklich die Waffen, die ich jetzt gerade habe. Ja, meine ganzen Suppen habe ich noch drin gedacht. Die Sticks, die Sticks brauche ich jetzt auch nicht. Auch Spitzhacke und Schaufel mit dem Steinschwert. Und die Äxte. Spitzhacke, genau, meine DIA-Spitzhacke. Ganz ehrlich, wie das ist so gut. Die Lederrüstung lasse ich auch hier. Dürfen wir eigentlich bei der Mauer was abbauen oder bei uns auch ein Problem? Ich glaube, nein, das ist Griefing. Aber wir könnten uns unterdurchgraben eigentlich. Oder ein paar Böken mitnehmen. Darf man sie mit TNT sprengen? Überbauen, ja. Nein, das ist ja Griefing. Ah. Aber wie soll man ganz langsam an die Mauer rankommen? Also durch die durchkommen? Ja, wir können uns drüber bauen. Haben die eine Mauer? Was ist die Frage? Ihre Aufgabe war, eine Mauer zu bauen. Dann müsste man mal gucken. Ich dachte mal... Wir hatten eine Burg, die hatten eine Mauer. Oh Gott, du bist noch im Wald, ne? Ja. Da passt die... Ich baue mich gerade auf so einen Baum. Also ich mache da so eine Treppe. Dann gehe ich jetzt mal hoch und spähe. Ja. Es hat keiner einen Feuerstein gehabt, ne? Feuerstein, ne? Nur Kohle. Ich gehe mal ein bisschen hoch und spähe mal in die andere Richtung, falls ich von da komme. Keiner hat, weil haben sie ja die Rüstung gewechselt. Ich gehe mal hoch in die Burg. Ich bin jetzt auf den Bäumen von den Blättern. Aber ich muss schon sagen, es wird auf jeden Fall jetzt schon sehr spannend. Das ist meine zweite Folge. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Was ist los? Kommt mal zu mir. Ich habe da so eine Treppe so gesehen auf den Baum gemacht. Und von hier können wir uns auch mit den Bogen schießen. Ja, Feuerstein. Ich habe Feuerstein. Äh, dann könntest du denn so eine Arzneimung. Ja, wenn ich mir jetzt auch mal. Ja, gut. Ich komme mal zu dir voran. Ich komme jetzt auch. Ähm, habe ich genug Essen mit? Ja, habe ich. Ich nicht, aber egal. Ich habe jetzt zwei gebratener Fisch. Ich habe jetzt zwei gebratener Fisch. Ich habe jetzt auch ein Bauch, aber egal. Hier, komm hierher. Ich stehe. Ich habe noch ein paar Steaks. Ja, gut. Wir sind auf jeden Fall gut ausgesucht. Und verrennt uns auf. Oh, Alter. Wo seid ihr? Der ist durch den Wald, ne? Wo ungefähr bist du? Kannst du so ein... Guck auf den Baum. Ja, ich sehe dich. Ah, Mystery. Was? Ich habe ihn. Deluxe. Hast du ihn tot? Nein, er rennt hier gerade entgegen. Ich habe ihn neu. Wie? Was? Mystery ist hier. Ich habe ihn mit einem Pfeil abgegeschossen. Er läuft, er läuft, er läuft. Versuch ihn irgendwie abzufangen. Ich laufe ihn hinterher. Ich bin direkt hinter dir. Das ist nur ein Mystery. Nein, nein, das ist Mystery. Er hat eine Ender-Panel dabei. Ja, nee, warte. Er will uns in Richtung hier von dem anderen blocken. Wir wollen zu zweit dran auf uns gehen. Er wird jetzt abhauen. Und, äh, ja. Er kommt dann gleich hier mit seinem Pfeil. Pass auf. Ich habe ihn auf jeden Fall nochmal erwischt. Da kommt Pogern. Gut. Wir bleiben jetzt erstmal hier. Zum Dritt am besten. Damit uns keiner hier überraschen kann. Damit wir nicht irgendwie erwischt werden. Wir müssen sein Schwert kriegen. Das ist geil. Wir müssen ihn töten. Moment, wir sind zu zweit. Wir sind zu dritt. Warum sind wir so... Warum... Weil die besser ausüsten haben. Mysterious. Ein Tier, Schwert und Schärfe 2. Das macht extrem viel Schaden. Wollen wir einfach... Weil los geht. Kennst du... Kennst du deren PvP-Künste? Ne. Ich habe aber letztens PvP geübt. Das heißt, ich bin jetzt auch wieder ein bisschen besser. Ich nicht. Wir haben auch unsere Goldäpfel. Wir haben auch unsere Goldäpfel. Ja, für einen Notfall, ne? Au, ich bin vom Baum gefallen. Ich kletter auch erst mal auf die Bäume. Ich denke mal, dieser Riesenbaum. Da haben die sich wahrscheinlich verschacken. Ja, Taurus. Das ist ja auch deren... Deren Stadt. Da sind auch die Fackeln, glaube ich. Warum laufen wir jetzt so... Warum laufen wir denen jetzt mitten in die Falle? Ach ne. Ähm... Die haben keine Falle. Wir rechnen doch gar nicht damit, dass wir die angralten. Ja, aber warum kommt er zu uns und läuft dann weg? Das ist sehr verrichtig. Er hat uns gerade gepolt. Ja, er will das. Er war ja alleine. Ich spiel mal ein bisschen mit Optifine durch die Bäume. Ich auch. Und der hat Angst, dass er sein Tierschwert verliert. Ja, okay. Hätt ich auch. Ich seh jetzt soweit hier nichts. Aber es ist ein zweiser Baum. Wir sind jetzt schon fast am Baum. Die sneaken, die sneaken, die sneaken. Beim sneaken, äh, nicht niemals zu sneaken loslassen. Wir sind schon dabei. Alles klar. Ich hab ein bisschen... Seht ihr... Ich seh in den Fenstern von mir nicht. Ja, wahrscheinlich weil ich sneaken. Warte, wo ist die Logs? Ich bin hier hinten. Ach, da vorne. Das sind wir uns. Alles safe hier. Er ist für mich der Meinung, wir haben keine Tiers. Weil die letzte Folge haben wir keine Tiers gefunden. Dann, ähm, lasst uns tarnen. Dann, ähm, versteckt euch. Versteckt mal euer Tierschwert. Ich glaub, wir hätten keinen Tierschwert. Ich hab ein Schwer für eins. Okay. Ich hab nur meinen Boden. Ich hab mein, äh, Tierschwert und meinen Boden. Das ist der Fall. Okay. Meint ihr, die sind überhaupt in ihrer Staff? Vielleicht habt ihr jetzt wieder mehr. Ja. Das wär witzig. Dann achtet auch hinter euch. Dann können wir die von hinten angreifen. Oh, aber sie greifen uns von hinten an. Ich spick mal, äh, soll ich mal reinspicken? Aber wo kommt man da gar nicht rein? Lieber nicht. Also ich bin jetzt, ich bin jetzt schon ziemlich weit. Wo seid ihr? Wir sind auf der anderen Seite des Baumes. Ich bin auf dem Baum. Ah, okay. Alles gut hier. Da hinten sind die Kisten bereits. Ja. Ja, weil die wissen, dass sie nicht grieven können. Lass mal kurz. Ne. Die sind hier nicht. Die sind bestimmt in der Weichung wieder zu uns dann. Bestimmt, die haben uns. Komm, 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 komm. Wir gehen jetzt einfach fix. Ein, eins. Lass einfach laufen, oder? Versuch einen zu erwischen. Wir sneaken uns einfach durch den Wald. Sobald wir einen Namen schild von denen sehen, ab und zu dann nach hinten gucken. Sobald wir dann einen Namen sehen, dann kannst du es gehen. Wir können auch alles besser im Blick machen als hier. Weil wir drei sind. Ja, das ist natürlich der Vorteil. Geht noch hier noch zu essen? Ja. Ich hab noch voll. Ich hab nichts mehr, aber ich hab erst vier Keulen. Jo, danke. Hier sind die Seelox. Ich hab hier auch noch zwei Steaks. Ja, geht schon. Okay. Ja, damit du jederzeit voll machen kannst. Ja, ist gut, danke. Ich hab vielleicht jetzt auch noch zwei Steaks. Ich hab noch... Aber die Folge von denen dürfte ich nicht mehr lange machen. Ja, ich bin bald. Und man ist immer wieder hier spürt. Und man ist immer wieder hier spürt. Und man ist immer wieder Team-Dank. Und man ist immer wieder so ein richtig schönes Team-Dank. Wo sind die denn, glaube ich? Es ist für Nacht. Ich denke mal, die wollen uns jetzt beide nachts verwirken. Er hat sich auf jeden Fall auf diesen Baum, hat er sich rauf. Ich brauche ihn an, aber dann ist er wieder geschehen. Ne, aber er hat mich ganz so Viecher. Wie ist das sehr der Vorbestand ist? Ey. Willkürbis hier. Ja, Willkürbis ist vorhin, ja. Also, da sind ganz viele Mobs gerade. Ja, aber dann machen wir wieder zurück, ey. Wie will ich da hinten? Ist beleuchtet? Nicht, dass jetzt an Martin Montet und dass er da irgendwie grönt hat? Nee, da ist das beleuchtet. Ist beleuchtet, okay. Ich mach jetzt einfach mal aus Fairness mein Dynamite Lightroom und Off. Überall, was zu sagen. Hat dir mal ne Fackeln da weiter? Nein. Weißelb. Ich hab alles zurückgelassen, wie gesagt, was ich nicht brauche. Und da zugehörte eben auch noch kommen. Wo sind die? Die sind, der ist weggelaufen. Vielleicht ist er zum Spawn gegangen. Sein, äh, alter, ich... Willkürbis ist doch am Spawn gewesen. Der muss doch zum Spawn geworden sein. Entweder ist er am Spawn gewesen oder ist in seiner Stadt. Aber jetzt ist es noch nie vom Gewisswasser. Er hatte so viel, aber jetzt ist wieder, dass es nicht mehr passiert ist. Aber er hatte so viel, er hatte so viel Zeit, wieder zurückzuraufen, für wie lange wir uns ausgerissen haben. Das ist das so. Okay, aber er hat hier, bevor wir das Bandleon tatsächlich haben auch begonnen. Okay, wir sehen. Ich weiß nicht. 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 Was ist das für mich? Ach, noch hinter dir. Ach, wie die Sonne. Ja, hier ist Lava. Ab ihn. Und Semi. Ach, aber. Okay. Ich hab dir die Schafen. Ich hab' die Schafen. Ich hab' die Schafen. Soll' dann mit rausfahren. Auch für einen Anbau. Ja. Okay, ich hab' Bolle. Nice. Meint ihr, die sind bei uns jetzt? Ich könnte es mir denken. Sind wir gerade auf dem richtigen Weg eigentlich? Ja, da war die fliegende Insel da. Keine Ahnung. 13 Minuten. Okay, du hast noch einen Timer. Creeper, Alter. Das ist noch ein Schaf. Da hat mein Knopf mich direkt aufzubauen. Aufzubauen, aufzubauen. Noch mal Wolle. Okay, jetzt einfach. Los. Was ist das? Ich bin neben dir. Ich bin neben dir. Äh, ich würde gerne einen Vorschlag in die Konfi nach oben schreiben. Zombie irgendwie. Ist denn bei? Und zwar, dass man die Namen von uns schlagmäßig unterteilt hat. Ja, irgendwie rot, blau und grün. Weil, ja genau. Im Grunde genommen, wenn ich jetzt aus der Ferne schaue, sind Sinox genauso wie Fein ausgebildet. Mystery, ich kann aber nie. Wir, ich nicht. Wir. Ja, ja genau. Wir haben doch irgendwas vor. Ja. Okay, also, ähm. Sind wir jetzt safe oder sind wir jetzt nicht? Wir sind nicht. Guck mal, guck mal in unserem Boot. Wahrscheinlich kennen wir da irgendwo in der Ecke. Find ich was. Ja, ich steig mich jetzt ganz anders rüber. Ich wollte gerade sein Boot. Ich bin hinter dem Boot. Ja, Mystery ist davon gut. Äh, oder? Ich weiß nicht. Weil er auf dem Chat kommt. Ja, im Chat ist er rot. Ja gut, sein Name, ne, sein Name war weiß, glaube ich. Schau mir die Folge nachher nochmal an. Ja, ich auch. Oh, da habe ich Angst reinzugehen. Ich gehe als erstes rein. Okay. Ich meine, wenn ich jetzt sterben würde, wäre es so tragisch. Du gehst links, ich gehe rechts. Wäre es nicht so tragisch. Die Folge ist nicht ganz anders. Guck mal oben. Ich gehe als erstes rein, wie ihr wollt. So, erstmal die Türme rein. Okay. Er ist raus. Okay, die Folge ist zu Ende. Okay, gut. Bei Ihnen auf jeden Fall. Aber, aber ich glaube, er wird wiederkommen. Und damit ist so offiziell, wir haben Krieg gegen Stadt 1. Wollen wir Willkürbis holen? Ach, Willkürbis, der ist noch drauf, ne? Stimmt, ja. Warum, warum, warum hat er eigentlich nicht, ähm, das war die nächste Folge angekündigt? Ist, äh, Willkürbis, wer ist denn überhaupt Willkürbis? Wer ist Willkürbis eigentlich? Einer von Stadt 1, glaube ich, war das. Kann das vielleicht Koga sein? Ja, müsste, ja. Ja, aber er hat nur eine Folge angekündigt. Ah, ihr seid immer noch in Skype drin, ne? Oh, da ist ein Mob mit Goldrüstung. Mystery ist bei Skype auch. Okay. Äh, ist das da hinten? Wer läuft da hinten gerade? Ist das Woran? Okay. Achso. Wollte ich gerade sagen. Mystery ist online, nehmt ihr jetzt die nächste Folge auf? Also, ich würde ja gerne nochmal zu ihrer Stadt jetzt gehen. Eigentlich? Wir wollen, wenn er alleine ist. Das Problem ist, äh, hier ist ne Problem. Eher wir da sind, müssen wir die Folge beenden. Das ist so. Oh, ein Schwein. Hä? Ja. Wie lange geht die Folge jetzt? Bis jetzt sind wir bei 15 Minuten. Dann, dann lass schnell den laufen. Wir müssen ja nicht messen, wenn er da ist. Ach, nee. Dann können wir eigentlich, äh, Überzeugen bleiben. Sollen wir die Folge, sollen wir die Folge wirklich da beenden? Nein, auf keinen Fall. Besser nicht, nee. Sonst spawnen wir da und dann ist da gerade direkt einer vor uns. Dann sind wir im Arsch. Hey Hühnchen. Au, es war, oh, Entschuldige. Au. Ey, ich hab ne Spinne gehauen. I'm sorry. Ich hab, äh, äh... Ich hab aus Reflex wollte ich die schlagen und über dir sprang gerade ne Spinne. Oh, es tut mir wirklich leid, also es war, ich wollte eigentlich den anderen schlagen. Ich hab ja, ich hab ja Protection und so. Ja, glücklicherweise. Ich hab auch Schutz. Ein bisschen. Oh, hier ist ein Schwein. Soll ich's töten oder wollt ihr das einfach? Nee, 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 lass leben, lass leben. Ich geh mal ein bisschen auf, äh, Levelfarm. Vielleicht find ich noch was, was ich... So, ich bin jetzt... Ah, für ein Hühnchen lohnt es jetzt nicht den Ofen anzuschmeißen. Eigentlich nicht. Creeper. Alter, wenn der jetzt hier explodiert der Hammer. Warte, warte, bleib weg. Au. Nice. Ich füll meine Pilze auf. Deo, mach mal. Da hinten? Biss... Woran bist du jetzt da? Okay. Weil hier hinten ist die Pilzku. Ja gut, ich... Hau ein paar Mobs. Also... Bei Z-Logs ging ja richtig schnell die... Die... Die Spannung aus. Alter! Da war grad... Hat mich grad irgendwas von hinten gepiekt. Ich kitt immer ein paar Mobs. Im Bierschwert. Oh, jetzt hätt ich dich fast getroffen. Haha. Also... Such sie! Ähm... Ich bin jetzt ehrlich gesagt... Äh... Ich möchte gar nicht... Anfang grade zu bauen. Also ich fühl mich grad in meinem geklauten Schloss ganz sicher. Ja... Eigentlich... Ja... Tun uns das glaub ich alle. Sehr schön schocken. Ah, Stormgang. Digitron ist auch da. Digitron ist auch da. Noch einer. Hat sie angekündigt? Und... Ich kann nicht mehr laufen. Hi. Oh scheiße ey... Wir haben schon... Jetzt geht's ab. Und Digitron ist gut im PvP. Äh... Ich muss... Ich trainiere heute und morgen... Na ja... Heute eher weniger morgen. Kann vielleicht einer in Richtung Zormine kommen? Ich hab kein Essen mehr. Zormine? Weiß nicht wo die ist. Ich finde die Pilzkuhl nicht. Ähm... Warum bist du nicht auf die fliegende Insel geklettert? Kann doch besser. Ich dachte ich wäre weiter weg. Ne... Willkürbis ist raus. Und... Adentes Autumn. Oh... Okay... Die nächsten zwei aus eins, oder? Ja... Wahrscheinlich. Ist Adentes Autumn auf eins? Ich glaub schon... Und Willkürbis ist wieder drin. Altens. Und ist wieder raus. Ich denke mal ist er... Oh! Boah! Mini Zombie! Und wieder raus. Und wieder rein. Mystery joint. Mystery... Oh nein! Ah nice! Mystery hat der Konge jetzt den Folge neu. Wollen wir wegrennen? Jetzt... Wir sollten nicht beenden, ne? Wir... Wir verstecken uns jetzt so schnell. Wir müssen weg. Lass... Äh... Seelox, 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 Seelox... Nein wir sind jetzt bei 18... 19 Minuten. Wir haben jetzt eine Minute Zeit zu fliegen. Seelox, komm zur Burg. Ja, ich bin schon dabei. Lagerausgabe. Lagerausgabe. Nein, 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 nein. Wir gehen raus aus unserer Stadt. Ich bin schon dabei. Wir haben jetzt drei Folgen Zeit bevor sie sehen wo wir sind. Okay. Das heißt wir können in der Zwischenzeit jetzt aufnehmen und einen neuen Ort suchen. Egal. Einfach suchen. Bei mir, äh... Ja, ich habe jetzt gerade erst zwei Folgen aufgenommen. Wir können... Ich könnte also noch theoretisch... Moment, Seelox, 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 Seelox... Ach Wogarn, da bist du... Die Rache. Die Rache. Oh oh. Komm, lauf. Lauf. Wogarn, Wogarn, Wogarn. Wogarn ist vor uns. Rechts, 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 rechts. Rechts halt. Richtung... Richtung... Fliegende Insel. Richtung Fliegende Insel. Lass dich nicht vom Creeper töten. Ne, meh. Wär schon peinlich. Erstmal... Ich hab gerade richtig viele geholt. Ja, ich hab auch noch. Halt dich, wer Klingstum gehabt? Äh... Habe ich ihn in meiner Kiste. Stirb. Zombie. Nee, alle erst mit töten. Scheiße. Warte, wer braucht Essen? Oh, wir hängen beide gerade in der Luft bei mir. Bei mir auch. Und Wogarn hat... Hä? Alter, ich hab plötzlich ein halbes Herz Schaden gekriegt. Okay, lauf, 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 lauf. Ich kann nicht mehr laufen, warte. Wir gehen jetzt weiter... Wir halten uns jetzt weiter links. Also nicht direkt am Hafen. Wir laufen uns jetzt auch nach Halbhaus. Irgendwie da, wo sie uns am wenigsten... Ich will mich übrigens einbuddeln. Nein, nein, komm, 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 folg mir, folg mir, folg mir. Aber gegen... Nee, leider nicht. Vier. Vier? Das sind vier. Digitron, Ardentis, Mystery und Willkürbis. Ich dachte, das wären drei und ich hatte schon Angst. Ja, äh... Ja, weil der Willkürbis ja immer raus. So, wir gehen da drüben auf die Insel, bauen uns da kurz ein. Irgendwie, äh, einbuddeln, ne? Ja, genau. Was die... Deshalb frag dich ja gerade eben wegen Cleanstone, aber okay. Nee, halb gar nicht. Meinst du, wir müssen uns wirklich einbuddeln? Wir müssen jetzt... Nein, müssen wir nicht, müssen wir nicht, müssen wir nicht. Hauptsache irgendwo irgendwie... kleines Häuschen bauen oder so. Ach, Gott. Nein, kein Häuschen, kein gar nichts. Irgendwie. Wir bleiben einfach hier an dieser Insel stehen, weil... Äh, die wissen jetzt nicht, wo wir uns befinden. Ach so. Die wissen erst in drei Folgen... Entschuldigung. In drei Folgen wissen sie erst, dass wir hier sind. Beziehungsweise sind wir bis dahin schon wieder woanders. Ja, gut. Äh... Bah. Ähm, ja. Okay. Leute, ihr seht es, die Spannung steigt langsam. Statt eins hat's auf uns abgesehen. Hier ist ein Würzer. Was? Hier oben auf dem Berg. Ja? Echt jetzt? Ja. Komm mal hier. Willkür bist raus. Was ist denn los? Ja, der glaub ich gab irgendwelche Probleme mit seinem Internet oder so. Warte, ich komm hoch. Guckt hier oben. Oh ja. Haha, okay. Ja gut, äh, dann würde ich sagen... Wir sind... Wir fertig, ne? Ja, wir sind hier fertig. Ja gut. Äh, falls euch gefallen hat, Bewertungen da lassen. Kanäle sind alle verlinkt. Genau. Und, äh, ja. Bis zur nächsten Folge. Mit den beiden K.O.n hier. Ja. Mhm. Tja, gut. So, ich sag dann auch, auf jeden Fall, ähm, vielen Dank fürs Zuschauen. Die Spannung steigt. Die Spannung steigt. Auf jeden Fall. Bleibt dran und wir sehen uns auf jeden Fall, äh, ja, in der nächsten Folge wieder bei City One Nation. Auf jeden Fall. Bis dann. Moment, ich schreib gerade noch mit Misty. Okay. No, sagt er. Ich bin raus. Wiedersehen. Nun wurden unsere Helden aus ihrer Stadt verjagt. Wie wird es weitergehen? Werden sie ihre Stadt zurückerobern? Werden sie ein neues Heim gründen? Werden sie die anderen Spieler endlich vernichten? Nun ja, das werdet ihr in der nächsten Folge wohl erfahren. Ja.